Bei einem Wohnungsbrand am späten Mittwochabend ist im Baunertal Rengershausen ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Das Feuer war gegen 22 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dorothea-Fiemann-Straße ausgebrochen. Die Mutter der fünfköpfigen Familie hatte das Feuer schnell bemerkt und warnte ihre drei Kinder und ihren Ehemann. Alle verließen das Haus rechtzeitig, bis auf den Vater erlitten sie leichte Rauchgasvergiftungen. Als die Feuerwehr eintraf, flogen die Flammen bereits aus den Fenstern. Bis ein Uhr dauerten die Löscharbeiten, solange war die Dorothea-Fiemann-Straße vollgesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt hin.